In den Welten, in den Weiten des Weltraums, fast schon verloren hier im Sternenhimmel, im Universum. Fühlt man sich beinahe ein bisschen beklommen hier in diesem Science-Fiction-Rundenstrategiespiel? Hätte man nicht, hätte ich nicht. Eine Begleitung dabei, einen Bodyguard, einen Strategen, der mich berät und euch auch bei diesem neuen Spiel, das wir uns jetzt anschauen werden. Hallo, Piro Parker. Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Ja, Endless Space, ein toller Titel, ein toller Rundenstrategiespiel-Titel, der mir auch sehr gefällt, mit dem ich auch schon viele, viele Stunden investiert habe. Ich auch. Bei mir liegt es ein bisschen länger zurück als bei dir. Ich hatte das Spiel schon entdeckt. Da gab es dieses Add-on noch gar nicht auf dem Markt. Endless Space Disharmony heißt das. Ihr seht es eingeblendet. Ich habe mir seinerzeit gekauft die Emperor Special Edition Endless Space. Klingt ganz schön cool. Ist aber leider ohne Add-on. Habe ich mir jetzt nachgekauft, extra für unsere Zwecke. Während Piro Parker, der Newbie, der später eingestiegen ist, aber mittlerweile das Spiel eigentlich fast schon ein bisschen besser kennt als ich, das Add-on sich gleich geholt hatte. Wann sind die Spiele erschienen? Wer hat sie entwickelt? Wer hat es herausgebracht? Fakten auf die mein Sidekick. Die Antwort. Genau. Also Endless Space ist aus dem, stammt erstmal mal aus demselben Hause wie auch Endless Legend, das wir ja vor einigen Tagen und Wochen auch auf deinem Kanal zusammen gezeigt haben. Ebenfalls also aus dem französischen Entwicklungsstudio Amplitude Studios. Auch aufgelegt, also published, wie man auf Neudeutsch sagt, von Iceberg Interactive und ist erschienen im Sommer 2012. Und ziemlich genau ein Jahr später ist dann auch dieses Add-on, von dem du gerade gesprochen hast und was wir hier auch spielen werden, das Add-on Disharmony, erschienen. Während zwischenzeitlich einige kostenfreie DLCs dann auch zum Download für diesen Titel zur Verfügung standen, sodass wir mittlerweile vor einer, ich vermute, kompletten Version von Endless Space sitzen mit vielen, vielen Fraktionen, noch mehr Technologien und noch viel mehr Planeten und Sternensystemen stehen, die man besiedeln kann. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich mal in Echtzeit an, statt hier lange rumzureden. Wir haben die Möglichkeit, hier eine Galaxie zu besiedeln im Wettstreit, im Wettlauf mit anderen Rassen, mit anderen Völkern. Wir können dann hier verschiedene, stehen hier zur Auswahl, beispielsweise Terraner, also Menschen wie das Vereinigte Imperium oder hier ein Amöben-Kollektiv, kann ich nur sagen, Igitt. Dann hier eine Elite-Fraktion, vermutlich unglaublich militärisch. Das hier sind intelligente Mineralien, was es so alles gibt, unfassbar. Das Einzige, was hier eigentlich fehlt, ist noch eine Fraktion intelligenter Kaugummi. Wir spielen hier auf jeden Fall die, würde ich sagen, Horatio, aber Piro Paga kann das viel, viel cooler aussprechen. Nein, ich finde das nicht schlecht, das auch gerne mal deutsch auszusprechen. Ich hätte jetzt Horatio gesagt, aber Horatio ist auch völlig in Ordnung. Unser Heimatplanetentyp ist trocken, da fühlen wir uns am wohlsten. Und ich lese mal ganz, ganz kurz, ist nicht allzu viel, aber leider so klein geschrieben, dass ihr das wahrscheinlich ohne Lupe, beziehungsweise ohne mich, gar nicht erfassen könnt. Und ich lese euch mal ganz, ganz rasch die drei, vier Sätzchen hier zur Hintergrundgeschichte vor. Horatio war ein außerordentlich reicher und nur leicht geistig verwirrter Imperiumstrillionär, der fortging, um seinen eigenen Sternhaufen zu suchen. Als er einen Planeten voller Labore mit antiker Klontechnologie fand, die von den Infiniten zurückgelassen worden waren, brachte die Langeweile Horatio dazu, eine Rasse aus verbündeten Dienern und Sklaven zu schaffen, die ebenso schön war wie die schönste Person im Universum, Horatio. Sobald der Planet neu besiedelt war, musste Horatio der Erste nur noch nach oben blicken, die Sterne ansehen und erkennen, wie viel schöner auch sie wären, wenn sie voller Horatios wären. Der Rest ist, wie es so schön heißt, Geschichte. Das heißt, wir spielen hier einen eingebildeten Lackaffen, der eine Nation von sich selbst geschaffen hat, von Leuten, von Klonen, die so aussehen wie er und in denen er die wunderbare Schönheit seiner selbst erkennen kann. Ja, es ist doch sehr sympathisch. Und in diesem Text geht auch so ein bisschen eine unserer Spezialfähigkeiten auf, die du hier gerade schon rechts im Bildschirm zeigst. Einige, ganz viele sind das, die dieses Volk hat. Besonders ist unter anderem, da siehst du auch diesen Punkt Klonen. Dieses Volk kann Helden klonen. Wenn du links über den Begriff Klonen fährst, dann wird das auch ein bisschen genauer erläutert. Und da zeigst du gerade stellare Wächter und ein bisschen darunter ist dann das Maus-Oper für Klonen. Und Klonen ist eben unter anderem eine Fähigkeit, die hier zum einen erstmal ein bisschen zusätzliche Nahrung auf diesen generell pro Bewohner bringt. Und außerdem haben die Horatio oder die Horatio eben den Vorteil, dass sie Helden klonen können. Das ist eine ganz tolle Sache, denn wenn man sich einen starken Helden, ich sag mal jetzt mal, großgezogen hat, dann kann man ihn einfach, wenn man nicht gerade noch einen von dieser Sorte zufällig gerade gebrauchen kann, ihn einfach klonen für ein bisschen Geld. Und das ist sehr, sehr praktisch, weil man damit dann sofort einen weiteren Elite-Helden sozusagen großzieht. Eine sehr, sehr schöne Fähigkeit. Viele andere Eigenschaften haben wir auch noch. Die schauen wir uns dann später im Spiel an. Annehmen wollen wir klicken, aber wir wollen uns auch die KI-Fraktionen, gegen die wir spielen, nicht etwa zufällig auswählen lassen, denn da warnt Piro Parker vor. Ja, das ist richtig. Was ich persönlich nicht so ganz schön finde, ist, wenn wir es hier oft zufällig lassen, dann bedeutet das, dass auch die anderen oder dass mehrere Fraktionen gleichzeitig auftreten können. Das heißt, es kann passieren, dass uns eine KI begegnet, die dann ebenfalls die Horatio oder die Horatio sind. Das finde ich nicht so ganz schön. Das ist sicherlich Geschmackssache, aber ich finde es, glaube ich, interessanter für dich, für mich, für uns alle, für euch, liebe Zuschauer, wenn wir hier einfach auch ein bisschen Abwechslung haben und unterschiedliche Fraktionen und unterschiedliche Völker hier zu Gesicht bekommen. Im Gegensatz zu dir weiß ich ja bei diesen Nationen oder Fraktionen gar nicht mehr auswendig, was dahinter steckt. Am Möben habe ich mal angeklickt. Die sind so schön eklig. Die Pilger dagegen, das wäre ein schönes Gegengewicht. Es müssen ja auch die Guten im Spiel sein. Wir erfüllen diese Rolle ja nicht. Diese Mineralien, weißt du noch, wo die sich hinter verborgen haben? Die Mineralien sind die, ich glaube, die Harmony. Ja, die Fraktion intelligenter Mineralien. Die hätte ich auch gerne als Gegner. Ich hoffe, das ist dir recht. Die Harmony ist im Übrigen die Fraktion, die hier durch dieses Add-On nachgeliefert worden ist. Und was hier eine Besonderheit dieser Fraktion ist, ist vielleicht schon ein bisschen vorweggegriffen in diesem Spiel, ist, dass sie kein Geld hat und auch kein Geld braucht. Diese Fraktion lebt vollständig ohne Geld. Und das spielt sich, wenn man selber mit dieser Fraktion spielt, sehr, sehr besonders, weil man halt seinen Spielstil komplett anpassen muss. Sheldon Cooper, mein persönlicher Held aus The Big Bang, würde jetzt sagen, das ist ja wie bei den Hippies. Viele Möglichkeiten hier, wie man verschiedene Galaxientypen einstellen kann und Größen. Ich habe mal eingestellt gegen drei Gegner, eben die drei hier unten, Planeten, pardon, Galaxiegröße klein, so lernen wir die relativ früh kennen. Wir wollen ja schnell Action haben. Und bei Formen, Galaxienring, das ist, glaube ich, nicht so spannend. Lieber etwas, wo es kreuz und quer durcheinander geht. Was ist denn mit I-förmig zum Beispiel oder mit Spiral oder was würdest du vorschlagen? Also wo es schnell kreuz und quer durcheinander geht, würde ich empfehlen Scheibe oder Zwillingsgalaxie. Ja, also Scheibe finde ich gut. Das entspricht auch meinem persönlichen Weltbild. Wir wissen ja, die Welt ist eine Scheibe. Habe ich damals in der Schule noch kennengelernt. Bin ja ein bisschen älter. Spieloptionen nur Einzelspieler. Klar, Spielgeschwindigkeit, Normal, Schwierigkeitsgrad. Da hatten wir uns jetzt beim Vorgespräch ein bisschen in die Wolle bekommen. Piro Parker sagte, wie wär's, WB, lass uns doch auf sehr einfach spielen. Ich dagegen sagte, na komm, wir müssen den Zuschauern was bieten. Wir spielen auch unendlich. Dann haben wir ein bisschen gefeilscht und uns schließlich auf hart geeinigt. Ja, zu meinem Widerstreben, das will ich durchaus zugeben. Ich persönlich finde, dass dieser Titel nicht sehr leicht zu spielen ist. Und ich finde ihn auch schon auf normal relativ knackig, um ehrlich zu sein. Insofern wird auf hart sicherlich eine ganz haarige Angelegenheit. Aber wenn hier so zwei Masterminds hier vor diesem Titel sitzen wie du und ich, dann kann doch eigentlich nicht viel schief gehen. Und mit deiner mehreren hundert Jahre alten Erfahrung kann das ja eigentlich nichts, kann das ja nicht scheitern. Ja, das sehe ich genau. So schnell kann man seinen Ruf versauen. Ich lese das immer bei den Zuschauerkommentaren unter den Videos. Hey, Piro Praga, der Superstratege, tolle, dass er dabei ist. Eine unbedachte Bemerkung von eben wie eben. Hart ist mir irgendwie zu haarig. Und schon ist der ganze schöne Ruf, der aufgebaut war, wieder futsch. Alles eingestellt. Können wir jetzt auch auf Spiel starten klicken und gucken mal, was dann passiert. Da sind die vielen Horatios versammelt. Ein Intro. They are the Horatio, created from Cloning Technology of the Endless. He is the Horatio. He, they, it is difficult to differentiate. Spreading themselves across their home system. Horatio wished to fill it with subjects as beautiful as the most beautiful thing in the universe. himself, Horatio. Now his goal is to make the entire galaxy beautiful as well. And he doesn't really care if the galaxy agrees. Das ist die Geschichte in etwa, die, die ich eben auch schon erzählt hatte. Wir halten uns für unglaublich klug und für unglaublich attraktiv. Was ja auch ein bisschen der Wahrheit entspricht. Was ihr hier seht, das ist das Tutorial. Lässt sich, könnten wir jetzt durchspielen, machen wir natürlich nicht. Wir können ja nicht auf Schwierigkeitsstufe hart spielen und dann das Tutorial hier abklabastern. Das heißt, ich klicke gleich hier mal auf Einführung, Deaktivieren. Aber um euch das Prinzip mal zu zeigen, solche Fenster, die ploppen halt auf, immer wenn man was ganz Neues betritt. Beispielsweise den Bildschirm, wo man die Planetentypen oder die Sternensysteme verwalten kann. Oder wenn man das erst mal ein Schiff aktiviert, dann gibt es solche Info-Bildschirme. Und rechts ploppen dann so eine Reihe nach verschiedene Textmeldungen auf, die mit Ziffern auf verschiedene Teile des Bildschirms verweisen. Kommt man eigentlich ganz gut rein ins Spiel. Es gibt auch ein Handbuch, was ich ganz gut finde, was auf PDF mitgeliefert wird. Wenn man das auf Steam kauft beispielsweise. Ich habe es bei meiner Emperor Special Edition natürlich auf Müttenpapier ausgedruckt. Aber wir brauchen das jetzt hier nicht. Ich klicke mal auf Einführung, Deaktivieren. Ja, vielen Dank für diesen klugen Hinweis. Uh, mein Sternzeichen übrigens. Fische. Und das ist unser Heimatplanet. Piskis ist das System, unser Heimatsystem, in dem wir hier leben. Genau, der lateinische Begriff für das Sternzeichen Fische. Und dieser rote Kranz, den wir hier sehen, ja, das ist unser Einflussbereich quasi, den wir jetzt momentan haben. Unsere Sicht. Und das ist die ganze Galaxie, die ihr hier gerade seht. Und die leuchtenden Punkte, die hier so ein bisschen im Vordergrund sind. Das sind tatsächlich Planetensysteme, die wir auch erforschen können, die wir uns anschauen können, die wir hoffentlich dann auch schon sehr bald besiedeln können. Und dann wächst natürlich dieser rote Kranz und irgendwann wird unser Reich, wird ja hoffentlich die gesamte Galaxie so rot eingefärbt sein, wie es hier jetzt momentan nur Piskis ist. Ja, das sind die Weltmacht-Fantasien, die wir hier beide hegen. Ihr wisst ja, je kleiner die Geister, desto größer die Träume. Das hier ist unsere Startflotte, beziehungsweise zwei Schiffe in zwei getrennten Flotten. Das eine ist, glaube ich, ein Kolonieschiff und das andere ist wahrscheinlich ein Aufklärer. Oh, das heißt hier ein bisschen anders. Genau, der Siedler in Anführungsstrichen, das Kolonieschiff heißt hier Vervielfältiger. Und die andere, der Speer, der heißt auch tatsächlich so, unterscheiden sich, also hier ist erstmal jetzt in der Tat das System natürlich so ein bisschen zu differenzieren. Das siehst du eben unten links, Beta und Alpha, das sind eben jeweils die Namen der unterschiedlichen Flotten. Und wir haben jetzt hier in der Tat jetzt zwei getrennte Flotten mit je einem Schiff. Theoretisch könnte man diese Flotten auch zusammenführen. Macht für den Anfang nicht ganz so viel Sinn. Wir haben jetzt also einen zusätzlichen Siedler in Anführungsstrichen und es ist durchaus wichtig und sinnvoll, relativ früh auf einem weiteren Planetensystem dann auch zu siedeln. Und das können wir eben erreichen, indem wir mit diesem Kolonieschiff einen Planeten uns oder ein Planetensystem ansteuern, in dem dann auch schon ein besiedelbarer Stern sich befindet. Und da gibt es verschiedene Sonnentypen in der Nähe, wenn man da drauf zeigt, ploppt jeweils ein Hilfefenster auf, das beschreibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit da ist, auf welche Planetentypen zu stoßen, zur Erinnerung. Unsere Spezies, die Horatio, pardon, ich möchte es wirklich deutsch aussprechen, die haben eine Vorliebe für trockene Planeten. Wenn ihr das hier mal seht, bei dieser blauen Sonne bei uns in der Nähe, da treten trockene Planeten besonders häufig auf. Vielleicht sollten wir da hinfliegen, Piro. Ja, damit wäre die Wahrscheinlichkeit zumindest sehr, sehr groß, dass wir dort einen Stern schon mal finden, der auch besiedelbar ist. Hier ist jetzt noch Folgendes zu erläutern, wie ich finde, das ist noch ganz wichtig. Ihr seht da manchmal diese Sterne über den einzelnen Planetensymbolen. Ein Stern bedeutet, dass dieser Planet bisher von noch niemandem besucht worden ist. Und der Erste, der hier dieses Planetensystem besucht, der bekommt einen zufällig ausgewählten Bonus. In ganz seltenen Fällen kann darin auch ein Malus versteckt sein. Bei Planetensystemen, die jetzt kein Sternchen haben, heißt das natürlich nicht, dass da jetzt schon ein anderes Volk unterwegs gewesen ist. Aber da gibt es eben einfach keinen Bonus. Das heißt also, auch das macht zumindest am Anfang Sinn, dass man schaut bei der Expansion oder bei der Bewegung der ersten Einheiten, dass man natürlich versucht, möglichst viele von diesen Boni abzugrasen, um eben dann vielleicht einen gewissen Startvorteil zu bekommen. Jetzt hast du ja gerade den Speer aktiviert. Wenn du jetzt darauf spekulierst, dass du hier bei der blauen Sonne einen besiedelbaren Planeten findest, dann würde ich fast schon vorschlagen, dass wir dort mit dem Vervielfältigungsschiff hinfliegen und den Speer wiederum anderswo hinschicken auf ein anderes Planetensystem, wo ebenfalls ein Stern ist, damit wir da gleich mehrere Boni dann abgreifen können. Was ihr seht, diese Punkte, die kleinen und die großen, vier Bewegungspunkte hat das Kolonieschiff. Wenn ihr das mal abzählt, diese Punkte, dann seht ihr, dass es vier kleine Punkte dauert oder braucht, bis ein dicker Punkt kommt. Anders formuliert, bis dahin können wir innerhalb einer Runde fliegen. In der nächsten Runde wieder vier Pünktchen weiter. Das heißt, es dauert insgesamt drei Runden, bis wir dort angekommen sind mit unserem Speer. Der Aufklärer ist schneller unterwegs. Der ist fast doppelt so schnell. Der hat sieben Bewegungspunkte. Bevor wir jetzt mit dem Kolonieschiff überhaupt mal in der Gegend rumflitzen, wollen wir erstmal mit dem Speer natürlich ein wenig Aufklärung betreiben. Und vielleicht fliegen wir mit dem hier hin, wäre mein Vorschlag. Da sind wir hopp hopp da und können ganz schnell gucken, was hier an Bonus ist, da ist und können auch schnell wieder zurückfliegen. Ja, das klingt gut. Da würde ich auch gerne hinfliegen. Und jetzt sehen wir auch diese Strahlenverbindungen zwischen den Sonnensystemen. Kleiner Kniff der Entwickler. Das ist ja immer das Problem bei dieser Art von Spielen. Wie bekommt man es den Zuschauern oder den Spielern irgendwie plausibel erklärt, dass zwischen diesen Sternensystemen eine Abkürzung besteht durch den Raum, dass man da hin und her flutschen kann. Und das innerhalb weniger Spielrunden. Wie ist das möglich? Und da werden dann immer die absurdesten oder sagen wir mal zumindest mal die kreativsten Geschichten erzählt. Hier halt, dass es solche natürlichen Verbindungen gibt. Wird in der Hintergrundgeschichte erzählt. Natürliche Verbindungen zwischen den Sternensystemen, die man nur entdecken muss. Und dann kann man da wie auf Straßenbahnschienen hin und her flutschen. Und jetzt sind wir hier in Nerod angekommen. Und ihr seht, wir haben jetzt auch entdeckt, von wo aus es hier weitergeht, in welche Richtung. Und können dann gleich weiterfliegen. Wir haben noch einen Bewegungspunkt. Vielleicht fliegen wir dann hier in die Richtung hin. Zu dem hier. Dann sind wir dann möglichst schnell auch da. Ja. Oh, das war keine Absicht. Ich wollte ja... Vielfältiger hier. Aktiv. So, der hat noch einen und dann hier hin. Okay? Genau. Schön zu sehen ist, Nerod hat... Dazu müssen wir vielleicht Folgendes kurz erläutern. Vielleicht geht es ganz kurz nochmal einen Schritt wieder hoch, bitte. Ähm, hier sehen wir, ähm, über den jeweiligen, ähm, Namen der einzelnen Systeme, das ist vielleicht ein klein bisschen verwirrend, Piskis und auch Nerod, da seht ihr, sind ja jeweils mal ein Planet sozusagen eingeblendet. Diese Planetensymbole hier stehen eben für ein System. Überhalb des Namens, da seht ihr unterschiedlich farbige Punkte. Blauer Punkt bedeutet, dass dort dieser, ähm, einer, ein Planet in diesem System bereits besiedelt ist, rote, ähm, Punkte bedeuten, das sind Planeten, die da sind, aber noch nicht besiedelbar sind. Weiße Punkte bedeutet, da wie bei Nerod, da gibt's gleich zwei davon, dort befinden sich Systeme, die schon zum jetzigen Zeitpunkt besiedelbar sind. Das heißt, diese Symbole, die sind, oder diese Punkte, die sind dynamisch und wenn wir entsprechende Technologien später erforschen, die dann eben auch die jetzt noch nicht besiedelbaren Planeten sozusagen dann besiedelbar machen, dann färben sich diese Punkte hier auch entsprechend anders ein. Ähm, Nerod ist, wenn du da jetzt, jetzt kannst du ja gerade einmal das System bitte einmal öffnen, es finden sich ja so drei Planeten, ähm, in der Mitte haben wir hier diesen Nerod zwei, äh, ein, ähm, bereits kolonisierbarer Planet, weil wir hier eine Vorliebe für trockene Planeten haben und, sehr schön, dieser Planet bringt einen Bonus mit sich. Unten drunter steht in grüner Schrift seltsame Fossilien und das ist ein, ein toller Bonus, der hier sich so auswirkt, dass wir auf sämtliche Standardwerte, die eine, die ein System produzieren kann, direkt Boni bekommen. Ich würde Foss vorschlagen, direkt die Pläne von gerade über den Haufen zu werfen und mit dem, äh, vervielfältigenden Schiff direkt hierher zu fliegen, um hier zu siedeln. Das ist typisch Spiro-Parker, lässt sich von seinen plötzlichen Eingebungen mitreißen und stürzt alle guten Pläne plötzlich wieder um. Unfassbar, mache ich aber natürlich, denn eventuell hat er ja sogar recht. Ähm, er seht aber auch, es gibt manchmal auch Mali, obwohl es hier einen, 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 einen Planeten Gold zu erwirtschaften oder Dust, wie es hier heißt, eine Substanz hier, die in dieser Spielwelt eine wichtige Rolle spielt. Hier oben seht ihr vier unterschiedliche Ressourcen, ähm, Nahrung, Forschungspunkte, Produktion und dieses Dust, also das Gold quasi, kennt ihr auch in ähnlicher Form von, genau, von Endless Legend, haben wir kürzlich gespielt. Da haben die doch tatsächlich dieselben Ressourcen gehabt. Was sehr gut ist, oder was, ähm, pardon, was nicht gut ist, wo man darauf achten muss, wie hoch ja Max das Bevölkerungsmaximum ist auf den Planeten. Ihr seht ja diese leeren Bevölkerungsslots, bis zu fünf Bevölkerungspunkte können hier leben auf dem Planeten. Das hängt meistens mit der Größe des Planeten zusammen. Hier auf dem hier, den wir noch nicht besiedeln können, sind es ein paar mehr. Das ist ganz wichtig, weil die Zahl der, äh, der Bevölkerung, die Höhe der Bevölkerung dort hat einen direkten Einfluss darauf, was man hier an Ressourcen erwirtschaften kann. Jetzt mal schnell wieder raus. Hm? Ich hab nichts gesagt. Achso, ich, du hast, dann hast du dich nur so ein bisschen vor dich hin gehäuspert. Selber blickt mal hier rein in unser Heimatsystem und, äh, hier seht ihr, das ist unser Top-Heimat-Niveau, ist unser Heimatplanetier, genau, kolonisiert. Hier müssen wir noch ein Bauprojekt einstellen. Ähm, ich hab mal einen Linksklick gemacht auf den Planeten und dann wird er noch vergrößert und ihr seht, es gibt vier Spezialisierungsformen, die man machen kann bei einem Planetenbio. Genau. Ähm, Bauprojekte schafft man nämlich hier nicht nur auf Planeten, oder zunächst einmal nicht nur auf Planetenebene, sondern eben auch auf Systemebene. Hier jetzt sind wir erst einmal auf der Planetenebene. Jedem einzelnen Planeten kann man mit diesen vier Symbolen eine Spezialisierung zuweisen. Ähm, von links nach rechts hier natürlich Nahrung, Industrie, Dust und Wissenschaft. Ähm, diese, äh, diese Vorteile richten sich immer so ein bisschen auch nach dem Planetentypen. Jetzt gerade zu Beginn dieses, äh, dieses Matches sollten wir schauen, dass wir möglichst schnell viel wachsen, denn Wachstum bedeutet Wissenschaft und Wissenschaft ist Sieg letztlich. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen auf Nahrung, damit wir hier, ähm, diesen Planeten, beziehungsweise diesem gesamten Sternensystem, in dem wir ja später uns auch noch, äh, ausbreiten werden, ähm, zusätzliche Nahrung beschaffen können. Ja, hier unten seht ihr jetzt die Bauschlange, da ist dieses Gebäude jetzt hier eingestellt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann kann man immer nur eine dieser vier Bewirtschaftungsoptionen wählen. Das heißt, wenn man später jetzt noch ein zweites hier anklicken würde, dann wird das quasi, das, das erste überbaut werden. Normale Gebäude können wir im Augenblick noch gar nicht bauen, müssen wir erst erforschen und, äh, Einheiten können wir, glaube ich, auch noch gar nicht hier bauen. Ja, das ist fast richtig. Hier haben wir, hier haben wir schon ein Gebäude, das wir hier bauen können, ganz genau. Und dieses Gebäude, das hier ebenfalls zusätzlich Nahrung oben drauf legt. Und, ähm, das können wir theoretisch direkt schon in die Bauschlange mit reinholen. Dann gibt es hier auch noch Schiffe, die man bauen kann. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, die teilweise anzuklicken, weil ich im Fenstermodus spiele. Da komme ich im Augenblick nicht rein. Äh, mach mal gleich beim, beim folgen Wechsel. Dann werde ich mir das so einstellen, dass ich da besser hin kann. Also erstmal bauen wir hier nur die nachhaltige Landwirtschaft. Und, äh, in der Mitte seht ihr die Bauschlange. Genau. Und raus erstmal wieder. Und jetzt fliegen wir, wie Piro Parker vorgeschlagen hat, mit dem Vervielfältiger nach Neroth. In der nächsten Runde werden wir da sein. Rechts viele, viele unterschiedliche Dinge, Buttons, die uns darauf hinweisen, dass wir noch Aufgaben zu erledigen haben. Die Forschung, die hatten wir quasi jetzt gratis beim Start gehabt. Ja, es gibt einen Forschungsbildschirm. Welche Überraschung bei dieser Art von Spiel? Ja, in der Tat. Aber tatsächlich ist, äh, wie ich finde, es durchaus eine kleine Überraschung. Denn, ähm, dieser Technologie-Baum, in Anführungsstrichen, der unterscheidet sich doch sehr stark von anderen Titeln, die man hier aus dem Rundenstrategie-Genre kennt. Äh, wir haben hier nämlich so eine Art Technologienetz. Ähm, man beginnt in der Mitte dieses Netzes und, äh, forscht sich quasi von innen nach außen vor. Dabei hat dieses Netz vier einzelne Bereiche, ähm, die, in die diese Technologien unterteilt sind. Im oberen Bereich, das seht ihr in der Mitte auch schön dargestellt. Diese Faust, ähm, ist, ähm, der Bereich für, ähm, Militär und generell Streitmacht, Invasionen und so weiter und so fort. Genau. Genau, dieser große Bereich. Dann auf der linken Seite, da seht ihr die zwei Hände schütteln. Da geht es unter anderem um Diplomatie-Features, aber auch so Sachen wie, äh, Handel, Wirtschaft, äh, Geld und so weiter und so fort. Ähm, viele, ähm, Forschungs- oder viele Forschungsprojekte, die sich in dem Bereich befinden. Im unteren Bereich, dort, ähm, ist der Bereich Expansion angesiedelt. Hier findet man viele, ähm, Technologien, die, äh, die, ja, Startvorgaben für unterschiedliche Planeten sozusagen lockern, beziehungsweise uns die Möglichkeit gibt, dann später auch, ähm, Gasplaneten zu besiedeln oder eben andersartige Planeten. Oder aber auch, ähm, einen Warp-Antrieb zu entwickeln, damit wir eben nachher vielleicht nicht mehr auf diese Linien, die Writing Bull euch vorhin erklärt hat, zwischen den einzelnen Systemen angewiesen sind. Genau, das ist der südliche Bereich oder der, der, äh, unterer Bereich des, äh, Technologienetzes. Und hier auf der rechten Seite finden wir den Bereich, äh, ja, Forschung, beziehungsweise Ressourcen. Viele strategische Ressourcen befinden sich hier auf dieser rechten Seite und generell eben der Bereich, in dem man, ähm, Bauprojekte freischalten kann, die sich dann positiv auf die Erforschung, äh, auswirken. Manchmal geht das so ein bisschen schwimmend ineinander über, ähm, deswegen muss man manchmal, wenn man eine bestimmte Technologie sucht, hat man zwar in der Regel durchaus einen, einen ordentlichen Edikator, in welchem Bereich man suchen muss, aber manchmal muss man vielleicht unten rechts auch diese Suche verwenden. Da seht ihr, da gibt es, da kann man Suchbegriff eingeben, äh, dass man hier sich schnell zurechtfindet, weil es ist doch schon sehr, sehr groß, dieses Technologiennetz. So kann man sich über diese Verbindungsstückchen oder diese Pfeile, die sich da befinden zwischen den Einzeltechnologien, seinen eigenen Weg suchen, indem man vielleicht zu seiner Lieblingstechnologie hinforscht, die noch ganz am Ende ist. Da kann man unterschiedliche Wege einschlagen, je nachdem, für welche Technologien auf dem Weg dorthin man sich interessiert oder nicht. Hübsch gestaltet, hübsche Idee, dieses Tech-Netz, finde ich. Jetzt müssen wir uns nur noch für eine Technologie entscheiden und das machen wir in der nächsten Folge. Das war die Startfolge. Endless Space, die Weiten des Weltraums, führen euch Piro Parker und Writing Bull bald wieder. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.